Noch so eine Sache, die ich können sollte, aber nicht gut kann, ist basteln und malen. Ich kann wirklich alles, was so Kunst angeht, kann ich null. Ich habe letztens mit einem Dreijährigen das gleiche Motiv gemalt. Einen Kürbis, damit ich auch Chancen... Auf jeden Fall sind wir, ich erinnere mich noch, mit diesen beiden Kürbissen sind wir zu meiner Kollegin gegangen und gesagt, na, welches Bild ist wohl von wem? Ja, jetzt ist mein Bild in seiner Kindergartenmappe, aber... Die Mutter hat sich gefreut, das ist die Hauptsache.